Gude, mein Name ist Marco Laspe, ich bin Product Owner bei Seibert Media. Das da hinten ist mein Team und ihr schaut unseren YouTube-Channel. Hackathon ist in 24 Stunden ein cooles, innovatives Produkt auszuliefern. Ob es was bringt oder nicht, sieht man meistens dann erst danach. Ob was schafft oder nicht, auch. Projekte voranzutreiben oder Ideen voranzutreiben, die wir schon immer mal ausprobieren wollen. Wir machen mit unserem Team gerade aus unserem internen Conference ein wirkliches Social Internet. Wir gucken uns an, wie unsere Leute bisher das Conference vor allem nutzen bei uns. Wir machen da diverse Verbesserungen dran, sodass sie die Dinge, die sie täglich in Confluence auch machen, dass sie ja also ihre täglichen View-Cases auch in Confluence direkt abgebildet bekommen. Wir versuchen nach von 24 Stunden so viele Videos rauszuhauen wie möglich und im Moment haben wir 9. Wir lösen ein ganz großes Problem bei Seibert Media, nicht zu wissen, ob der Meetingraum jetzt im Moment frei ist. Und da soll diese Tablet-Lösung helfen. Ein weiteres Thema beim Hackathon war die BM-Deko. Pünktlich zum Start haben wir hier dieses Fußballfeld aufgebaut und noch ganz viele weitere Dinge. Unser Hackathon ist der Telescreen. Und das hier ist Video Nummer 10, Nummer 11, das ist Video Nummer 12 und das ist Nummer 13. Ja! 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 Yeah! Initiativbewerbung auf jeden Fall. Jeden dritten Freitag unsere Mitarbeiter kennenzulernen. Eine sehr gute Idee, sich nicht zu verstellen. Wir suchen immer coole Leute. Tschüss! Tschüss! Ciao!